Hi, ich bin Sven. Ich habe im vergangenen Wintersemester an dem Heist-Ideen-Wettbewerb teilgenommen, mit meiner Idee Tiaras, die als Ziel hat, gemeinschaftlich erneuerbare Energien zu finanzieren. Ich hatte sogar das große Glück, den Sonderpreis der Digitalstadt Darmstadt zu gewinnen. Und ich habe damals teilgenommen an Wettbewerb aus verschiedenen Gründen. Zum einen, um die Bühne zu erhalten, denn heißt, teilt die Idee, teilt meine Idee auf LinkedIn, so dass verschiedene Menschen die Idee sehen können. Und ich habe auch tatsächlich im Anschluss dieses Wettbewerbs von vielen Leuten Rückfragen erhalten, Kontaktanfragen erhalten und bin häufig ins Gespräch gekommen. Und das war schon mal sehr gut. Darüber hinaus bietet die Teilnahme natürlich auch den Zugang zum Heist-Kosmos, der es einem ermöglicht, Fragen zu stellen, Kontakte zu erhalten. Wenn es zum Beispiel um rechtliche Dinge geht oder um den Gründungsprozess als solchen, dann ist das sehr nützlich. Und zu guter Letzt habe ich als glücklicher Sieger natürlich auch das Preisgeld erhalten. Und nutzen können, zum Beispiel um Anzeigen zu schalten, um Mitgründer zu suchen, um die Marke anzumelden und auch um Serverkosten zu tragen und dergleichen. Und das ist alles in allem ein sehr guter Start in diese Idee. Wenn ihr mit einer eigenen Idee spielt, dann kann ich euch nur empfehlen, das auch zu nutzen, da mitzumachen. Es gibt nichts Spannenderes als eine eigene Idee zu entwickeln. Nichts bietet mehr Herausforderungen. Und dazu sind wir an der TU Darmstadt ja gemacht. Und ich wünsche euch deshalb ganz viel Erfolg dabei und drücke euch die Daumen, dass es klappt.